Hallo zusammen Leute zu einem neuen besonderen Video, denn heute gehen wir zurück mal wieder Formel 1 technisch ins Jahr 1974 und zwar auf einem ganz besonderen Kurs. Wir schauen uns heute in Automobilista 2 den alten Österreich Grand Prix an, der heute ein bisschen anders aussieht. Wir haben ja heute den Red Bull Ring bzw. den Spielberg Grand Prix. Damals aber war es noch der große Preis von Österreich in einem etwas anderen Layout zu dieser Zeit, wie ihr hier schon erkennen könnt. Andere Curbs, andere Kurven und deutlich andere Autos und deswegen steigen wir heute mal in ein dementsprechendes Auto aus der damaligen Zeit und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Video. Let's go! Und da sind wir auch schon im Hauptmenü von Automobilista 2 und hier haben wir unser wunderschönes Fahrzeug, den McLaren M23, der 1974 hier mit Fittipaldi die WM gewonnen hat und die Fahrzeuge hier in Automobilista 2 sind so nach Generationen aufgeteilt. Das heißt, wir haben hier den M23, haben aber auch ein paar andere historische Fahrzeuge in dieser Generation noch dabei. Aber der McLaren, der passt am ehesten noch hier auf die Strecke von 1974 vom Style her und wie das ganze Auto hier designt ist. Wir haben noch ein paar andere Classic Cars hier mit drin, die ultra, ultra nice zu fahren sind. Da werden wir auch noch demnächst vielleicht noch ein paar Videos dazu machen. Aber jetzt wählen wir erstmal diesen guten hier aus, den McLaren und gehen mal kurz in den Showroom rein. Denn ich muss einfach sagen, in Automobilista 2 ist das so, so genial umgesetzt. Der Showroom ist einfach 1A top gemacht, sieht so, so nice aus mit den ganzen Lackierungen, die man hier für die ganzen verschiedenen Autos hier hat. Wir haben die Nummer 33 in dem Fall hier drauf und wir gehen mal weiter, wählen das Auto aus und gehen zur Rennstrecke, die wir auswählen. Hier haben wir tatsächlich auch drei verschiedene Versionen. Wenn wir jetzt beide Rennstrecken mal nebeneinander legen, dann sehen wir, dass die aktuelle Version 4 Kilometer in etwa lang ist, also eine der kürzesten Strecken überhaupt. Und die alte Version war knappe 6 Kilometer lang, also 2 Kilometer hat man da quasi zusätzlich noch gehabt. Und nach aktuellem Stand der heutigen Formel 1 hat eine Rennstrecke ja mindestens 10 Kurven. Da würde diese Strecke von 1974 schon mal rausfallen, auch wenn man hier so ein bisschen bei der neuen Strecke die 10. Kurve mit dazu gemogelt hat. Wir wählen jetzt mal das hier aus und dann können wir eigentlich gleich reingehen in ein 5-Runden-Rennen und wir starten direkt los. Und da sind auch schon die Ampeln, gehen direkt rein, haben hier natürlich keine Haargangsschaltung, kein rundes Lenkrad, sondern ein recht modernes. Aber wir fahren einfach mal los, schalten hier hoch, während unser Kollege hier direkt hochschaltet. Erste Kurve, die ja heute Niki-Laura-Kurve heißt, da geht es relativ weit gerade aus dem Berg. Die Kurve ist ein bisschen länger gezogen, hat noch solche Noppen als Curbs außen. Das heißt, es geht relativ Vollgas durch. Langgezogene Rechtskurve, man muss echt aufpassen, jetzt hier am vierten Gang, fünfter Gang ist Maximum. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht so arg schlittern. Wenn das Ding ordentlich Speed bekommt, das Auto, dann fängt es irgendwann an zu rutschen. Hier ein bisschen in die Kurve reinlegen, wieder auf die Noppen, Curbs drauf, wieder aufs Gas. Ganz, ganz schwierig mit der Traktion hier einfach auf der rechten Seite und auf der linken Seite Leitplanken. Ultrakrank könnte man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Wir fahren mal im Feld hinterher, wieder lange Kurve, das war quasi Kurve 3 eigentlich heute. Jetzt kleiner Linksknick, geht es auf Kurve Nummer 4 zu, an der Tribüne vorbei. Hier schauen wir, dass wir hinter dem Feld herkommen, wieder ein bisschen leicht querstehendes Auto. Vollgas wieder, Kurve 2, jetzt geht es am Bullen vorbei sozusagen. Nächste Links-Doppel-Links-Kurve, die Section Canva, die ist hier ein bisschen abgeändert. Ein bisschen anders die Kurvenkombi zu fahren. Alles ein kleines bisschen weiter. Sehr viel Grünfläche, müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht rauskommen. Wieder hart aufs Gas, das Auto ist ganz, ganz schwer zu steuern. So, jetzt fahren wir zu auf die letzten beiden Kurven. Jochen Rind-Kurve, Jochen Rind-Tribüne oben. Wieder geht es auch nicht im Berg hoch. Also die wurde krass abgeändert von dem her, wieder auf der rechten Seite. Und links Leitplanken, müssen wir gucken, dass wir hier nicht zu arg auf den Körper drauf kommen. Direkt eine Verwarnung bekommen. Einmal Strecke verlassen, aber da haben wir eine Runde geschafft, eine Runde durch. Und jetzt gehen wir Attacke. Attacke aufs restliche Feld. Aber die Jungs sind echt schnell, müssen wir später bremsen. Ein kleines bisschen später rein in die Kurve. Und da können wir vielleicht den ersten Platz gut machen, jawohl. Innen rein, jawohl. Ein Platz gut gemacht. Mit ganz, ganz viel Risiko reingefahren. Fast Todeskommando hier. Bisschen zu schnell reingefahren und du landest direkt, zack, in der Leitplanke. Keine Tech-Pro-Barriers oder ähnliches. So, da sind wir schon im fünften Gang. Wir werden nochmal attackiert. Wieder leicht vom Gas runter auf die Bremse. Nochmal Kurve Nummer 4 durch. An der Tribüne vorbei, vielleicht innen durch. Die ersten paar Plätze machen wir auf jeden Fall gut. Runde Nummer 2. KI ist ordentlich schnell auf jeden Fall. Also Automobilista 2 nicht zu unterschätzen. Okay, wir haben einen Platz verloren, aber halb so wild. Guter Spin, gut wieder abgefangen. Das hätte mal Niki Lauda so gemacht. Richtig stolz gewesen. Und vor allem auf den langen Geraden. Wenn man einfach nur geradeaus fährt, will das Auto teilweise nicht geradeaus fahren. Das verliert dann irgendwie die Kontrolle, weil der Radstand irgendwie sehr, sehr kurz ist. Und die Bodenwellen bringen das Auto richtig, richtig hart ins Wanken. Oh, genau das ist das, was ich meine. Aber crazy Strecke. Hier können wir immer ein bisschen ranfahren. Hoch, dritter Gang. Innen vorbei, innen vorbei, nein. Oh, das war's. Wir starten gerade noch mal rein, haben die Kamera ein bisschen angepasst. Ein bisschen nach hinten gemacht, dass wir ein bisschen mehr sehen. Auch das maximale Gefühl fürs Auto. Ansonsten wird es hier aufs erste Mal hier fahren. Das erste Mal ever. Echt ein bisschen zu schwer gegen die KI hier. So, nochmal geht es zu auf die heutige Niki Lauda-Kurve. Runterbremsen, gehen wir vielleicht schon innen rein. Da können wir direkt die ersten Plätze gut machen. Jawohl, let's go. Wieder voll auf dem Gas stehen bleiben. Ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt die Bodenwelle gleich. Müssen wir aufpassen. Nicht, dass das Auto wieder komplett versetzt. Diesmal kommen wir gut durch. Wieder spät runterbremsen. Innen rein. Oh, leichte Berührung. Mit dem ersten McLaren. Aber da haben wir nochmal Glück gehabt. So weit, so gut. So weit, so gut. Weiter geht's. Wieder an den beiden Leitplanken vorbei. Aber jetzt kommen wir deutlich besser vor. Bisschen mehr Gefühl für die Strecke ist schon da. So, jetzt ziehen wir innen rein. Oh, wieder ein bisschen zu viel. Haben wir den ersten Kollegen abgeräumt. Schön weggeschoben von der Strecke. Aber weiter geht's. Wir lassen uns nicht beirren. Hier ringen wir wahrscheinlich eine 5 Sekunden Strafe dafür. Nicht hinten drauf fahren dieses Mal. Nicht hinten drauf. Innen durch. Ah, kurz verschalten. Falscher Gang. Vielleicht geht's außen vorbei. No. Es ist so schwer. Es ist so schwer, Mann. Auto wieder zerstört. Auto wieder kaputt. Der Fahrer hat einfach einen Krampf. Krampf, 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 Krampf. In beiden Händen Krampf. Also wir kommen jetzt immerhin schon rein. In Runde 4. Sind in Runde 4. Man muss halt einfach sagen, dass wir das Auto teilweise echt deutlich über dem Limit bewegen. Es ist ganz schwer, das Limit zu finden. Weil irgendwann ist der Punkt gekommen, da will das Auto nicht mehr das machen, was du gern von dem Auto erwarten würdest. Gerade solche Aktionen außenrum. Ganz, ganz schwer einzuschätzen. Aber dieses Mal hat's geklappt. Und wieder zieht das Auto ein bisschen weit nach links. Auf die Wiese. Und immer noch ist er rechts. Wir sind auf Platz 15. Nach ganz, ganz vielen Versuchen haben wir es gerade jetzt so auf Platz 15 geschafft. Runde 4. Aber dieses Mal kommen wir durch. Ist er noch auf der rechten Seite? Ne, wir können durchziehen. Wir können durchziehen. Wieder Vollgas. Das Auto ist so extrem schwer zu lenken. Extrem schwer einzuschätzen. Es gab ja einen F1 20. Die Classic Cars. Und da waren, ich weiß nicht, ob 1974 Autos drin waren. Ich glaube nicht. Ich glaube, der McLaren war dabei von 1990 noch. Aber das ist halt mal ganz andere Physik. Das ist nochmal anderes Level hier in Automobilista 2. Was du hier an Challenge geboten bekommst. In diesen Fahrzeugen. So, jetzt sind wir in der letzten Runde. Das heißt einfach nur, die Runde irgendwie hinkriegen. Ohne Schaden bisher durch. Ohne Schaden durch. Da kommen wir ein bisschen schneller raus. Kommen wir da nochmal zur Kurve Nummer 4 gut hin. Nochmal einen Platz. Ein Platz ist drin. Safe durchfahren. Es ist krass. Dachte ja, auf der Schwierigkeit kommen wir vielleicht sogar bis ganz nach vorne. Aber dazu ist das Auto einfach zu schwer zu fahren. Und die KI zu strong. Was Überholmanöver angeht. Die sind schon auch echt am Limit unterwegs. Auch deutlich besser wie in den F1-Spielen, die man bisher so gesehen hat. Muss man einfach so sagen. Auch wenn die Automobilista KI im Regen viel zu stark ist, ist sie hier im Trocknen echt richtig, richtig nice zu bekämpfen. So, jetzt nochmal die gefährliche Links-Rechts-Kurve. So, nochmal Jochen Rind und dann letztens zwei Kurven. Beziehungsweise letzte Kurve ist ja quasi eine Kurve. Boah, das war nochmal knapp. Können wir da nochmal innen reingehen. Und nochmal ein bisschen mit dem Gas spielen. Nicht zu weit raustragen lassen. Aber da kommen wir nicht ganz vorbei. Oder vielleicht ein Foto-Finish. Na, wir müssen mit dem 16. Platz leben. Wir sind durch. Wir haben fünf Runden geschafft. Wir haben fünf Runden geschafft, Leute. Ist das krank. Jo Leute, und in diesem Sinne war es das mit diesem Video vom alten Österreich Grand Prix. Wir werden auf jeden Fall die nächsten Wochen vielleicht auch mal noch andere Strecken uns anschauen, die uns dieses Game hier bietet. Und bis dann wünsche ich euch was. Bis dann. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.